This is where the magic happens. Wir sind jetzt hier am Schloss und genau da drinnen befindet sich das Tonstudio. So viel Tag es gibt im Jahr, so am Schwanz der Fuchs hat Haar. So viel Tag es gibt im Jahr, so viel Schwanz der Fuchs hat Haar. Was sollte jetzt der Bewerber so mitbringen an sich? Ja, Spaß ist wichtig. Und Neugier. Und macht es Spaß? Ja, sehr. Da findet sich doch sicher jemand. Denke auch. Bitte.